Oh? Oh! Oh! Oh, noch ein Geschenk! Ahnen Sie schon, liebe Zuschauer, was in dem Geschenk drin sein könnte? Was wünscht sich unser Dieter mehr als alles andere auf der Welt? Genau, ein Geburtstagsständchen. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Allerdings wohl nicht von diesem Sänger oder, soll ich besser sagen, dieser Sängerin? Das Supertalent-Geburtstags-Organisations-Komitee präsentiert stolz Stefan Schonee! Oh nein! Oh doch! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday Mr. Freddie Dent! Happy Birthday to you! 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 Happy Birthday! Der Kuchen ist voll Hätte ich das gewusst, dass das am Geburtstag passiert, ich wüsste nicht, dass dein Geburtstag so schlimm wird. Wie geht's dir denn sonst so? Ja, ich hab mir natürlich Sorgen gemacht, was mit dir ist. Weiß Stefan etwas, das wir alle nicht wissen? Ui, was soll mit mir sein? Man hat ja gesagt, du bist nicht mehr im Leben. Doch, doch. Man hat gesagt, ihr seid alle gestorben. Was? Und jetzt mit einmal seid ihr neu geboren wieder, reinkarniert sozusagen. Aha. Und dann hab ich gesagt, dann steh ich auch wieder auf. Oh mein Gott! Er hatte Tanke an. Nein. Aber halb Tanke. Auf jeden Fall bist du die hässlichste Marilyn Monroe Kopie, die ich je gesehen habe. Da fängt Marilyn an, sich im Grad zu rotieren. Gut, dass sie das nicht mitgekriegt hat. Was? Wenn sie das gesehen hätte, ja? Oh mein Gott! Dann hätte sie sich selber umgebracht. Oh mein Gott! Ich kenne ja Marilyn persönlich. Oh mein Gott! Ich kann ja noch ein Liedchen für die. Nein, 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 ist alles gut. Lieber Stefan! Stefan! Die Zugabe gibt's hier hinten. Komm! Und nochmal. Wir sagen Dankeschön! War gut. War gut. War gut. War gut. Lass dir nichts dazu. Ja. Hast du gut gemacht. Ja. Da geht's raus. Vielen lieben Dank. Ich hab mich wieder selbst übertroffen, glaube ich. Bei mir. atellit. Köln